. . . . . . . Wo verdammt ist Nick? Oh Gott. Oh, was ist denn hier los, Kim? Wo warst du denn, verdammt? Gib mir deine Hand. Unsere Tochter will jetzt auf die Welt. Nein, 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 nein. Nick Jr. ist erst nächste Woche fällig. Au, au, Kim. Kim, du tust mir weh. Du brichst mir die Hand ab. Wir steigen jetzt in den Wagen. Komm schon, komm schon. Au, du bist so stark. Okay, 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 okay. Deputy, du fährst. Na los! Oh, Gott! Oh, schnell die Tür. Verheilung! Hier, komm. Oh, Gott! Oh, meine Hand. Okay, halt dich einfach da vorne links. Na los! Ah ja, die richtige Mucke. Nick? Dir kann nichts passieren. Der Deputy weiß, wie man fährt. Fahr, ein Fahr. Kesscher hat mir ein paar Atemtechniken zur Stressvermeidung beigebracht. Au, au, meine Hand. Was ist das denn? Was, was ist was? Schweine! Pass auf die Schweine auf! Ich schau schon, die verdammten Schweine! Na rechts! Schaff's das, Schatz! Schläck's echt super! Und wie schlage ich mich? Bin ich ein guter Partner? Ich will dich doch unterstützen! Oh, dann sei doch einfach still! Das ist verrückt! Beruhig dich! Nichts! Ich bin ruhig! Ich drehe nur gerade durch! Gleichzeitig! Wie eine Kontraktion! 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 Okay. Es ist vorbei. Oh nein, halt dich fest hier! Wir brauchen denn hier Sprungschanzen hin? Was ist denn los? Das ergibt keinen Sinn! Weißt du was? Ich glaube, es ist Vollmond. Das muss es sein. An der Brücke links, danach einfach immer geradeaus. Was ist das? Das ist ein Flugzeug, Kim. Warum brennt das hier? Wir packen das Bleifuß, Deputy. Geschafft. Geschafft. Kim, geht's dir gut? Nein, mir geht nichts los. Nichts hiervon ist gut. Alles schön, Papa. Es ist gleich davor. Ich kann eine Abkürzung durch den Wald. Keine Abkürzung. Halte dich erst rechts, dann links. Bleib auf der Hauptstraße. Nimm die Abkürzung. Bleib auf der Straße. Abkürzung. Entscheidet nicht. Okay, durch die Bäume. Pass auf, weh. Scheiße, die Tiere habe ich vergessen. Das ist nicht sicher. Keine Sorgen, dieser Truck wird mit allem fertig. Ich spreche nicht von dem verdammten Truck. Ich spreche nicht von dem verdammten Truck. Ich kann es doch noch ändern, hm? Wahrscheinlich hörst du es nicht oft genug, aber... Danke. Für alles, was du getan hast. Wenn du irgendwas brauchst, wir sind für dich da. Komm. Jetzt ab nach Hause. Komm.